Ja Leute, willkommen zurück bei Sky Hill. Wir sind auf dem Weg weiter nach unten und es sieht im Moment mal wieder gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe das bleibt so und wir starten sofort ins Spiel. 56. Stockwerk sind wir. Uns geht es einigermaßen gut. Das freut mich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt zwei Münzen oder drei sogar? Dann machen wir ein Snack. Abgelaufene Milch, das ist doch nicht wahr. So, hier haben wir nichts. Hier auch nicht. Oh, 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 oh. Da haben wir wieder Big Blubber. Aber wir versuchen natürlich. Unser Glück hier. Geben nicht auf. Bäm. Oh, der hat uns auch natürlich... Er gibt auch nicht auf, aber... Bäm. Er hat verfehlt, Gott sei Dank. Nochmal. Zack. Ach, er will nicht. Na komm, dann nochmal. Bäm. Oh, der haut natürlich ordentlich rein, aber wir schaffen ihn. Jawohl. Message von Zeuge. Doch so zögerte er, taumelte und fiel hinab in die Tiefen der Hölle. Alles klar. Level up. Sehr, sehr gut. Damit können wir sehr wahrscheinlich dann auch unsere zweite Waffe benutzen. Das ist sehr, sehr schön. Wir machen hier... Zack. Überall erstmal. Ja, und damit ist auch diese Waffe freigeschalten. 6,5 und 11,5... Also 6,5 bis 11,5 immerhin. Ist nicht schlecht. Na, was hast du zu bieten? Verbandzeug, Metall und Leer. Ja, komm, wir werden uns auf jeden Fall mal gucken, können wir uns einen Verbandskasten noch craften? Ne, können wir nicht. Leider. Leider, leider. Da fehlt der Alkohol, ne? Nehmen wir so. Und ansonsten... Den Fisch, den müssten wir uns dann wieder oben braten. Ja. Machen wir dann vielleicht in der nächsten Etage. Wir gehen mal weiter hier gucken. Ah, hier müssen wir wieder reparieren. Los, komm. Ja, komm. Jawoll. Da haben wir es jetzt mal ohne Probleme geschafft. Das ist hervorragend. Rein da. Was haben wir hier? Nix. Und noch mehr nix. Dann gehen wir mal hier noch rein. Und wir haben... Oh, Tierfutter. Das ist toll. Und nochmal ein Zeitungsfetzen. Ein brutales Massaker mit fünf Toten. Darunter auch ein Kind. Das haben wir schon gelesen. Zack. Das kennen wir schon. Aber wir essen jetzt mal schwuppig Tierfutter. Ich würde dieses abgelaufene Zeug... Das ist so gemein. Das im Automaten schlechtes Essen ist natürlich fies, ne? Aha, guck mal hier. Knick. So. Ah, nein. Ah, nein. Jetzt haben wir hier diese Madame. Los. Kritischer Treffer. Sehr schön. Ah. Nochmal. Immerhin. Ich hoffe, wir schaffen die. Nochmal. Sie macht nur einen Move mal. Gott sei Dank. Ah, das sieht noch. Wir könnten es schaffen. Ah, nein. So natürlich nicht, ne? So, komm. Hau nochmal drauf. So, ihre Arme kann sie auf jeden Fall schon mal kaum noch bewegen. Das ist gut. Aber wir sind auch schon verdammt angeschlagen. Wir müssen jetzt treffen hier. Und zwar... Und zwar... Wir müssen... Wir gehen mal auf die Beine. Ah, nein. Komm dann hier. Nochmal. Ah, du bist aber auch... Jawohl. Mir geht's nicht so gut. Ja, das glaube ich. Wir müssen die jetzt platt machen. 9,5 hat sie noch. Verdammt knapp. Hier. Oh. Mit der letzten... kleinen bisschen haben wir das noch geschafft. Alter Schwede. Mann, Mann, Mann. 2,6 haben wir übrig behalten. Das war verdammte knappe Kiste. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir sind nicht tot. Das ist gut so. Wir hauen uns den Verbandskasten auf jeden Fall jetzt erstmal rein. Und die Konserve. Das ist gut soweit. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Gesundheit. Würde ich sehr, sehr gerne haben. Wir gehen nach oben und schlafen. Wir gehen aber erst nochmal hier rein. So, was haben wir hier? Nochmal Alkohol. Das ist hervorragend. Ein Stab. Können wir jetzt vielleicht nochmal uns ein Verband craften? Ja, können wir. Dann bauen wir uns den. Dann brauchen wir nämlich vielleicht doch nicht nach oben. Weil es ist ja erstmal so kochen. Wir können uns den Fisch dann wieder kochen. Aber wir gehen jetzt erstmal noch weiter nach unten. Hier haben wir Bauteile. Brauchen wir im Moment nichts. Haben wir nochmal einen Schlüssel geopfert. Dann geht er rein auch. Nochmal einen Fisch. Das ist hervorragend. Unten noch einen Fisch. Also jetzt haben wir erstmal Fische ohne Ende. Sehr, sehr schön. Können wir auf jeden Fall genug essen. Und was haben wir hier? Nochmal Geld. Und einen Kaffee. Na, das ist doch mal super. Jetzt gehen wir nach oben und machen uns den Fisch fertig. So, geh nach oben. Koch dir die Fische. Hier, Nahrung. Machen. Und nochmal. Und nochmal. Dann lohnt sich das nämlich auf jeden Fall. Kaffee machen wir uns auch. Dann haben wir das nämlich auch noch. Die gammelige Milch lassen wir erstmal. Mehr können wir, glaube ich, gerade nicht machen. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Und das ist sehr, sehr gut. Soweit. Immerhin, es sieht mal ein bisschen besser aus. So kommen wir dann wieder hier in unseren Fahrschul. Und wir machen zack. Ja. Dann geh nach unten. Hier hätten wir nochmal einen Snackautomat. Brauchen wir nochmal was zu essen. Ein Verbandzeug wäre jetzt, glaube ich, besser, ne? Ein Heilmittel noch. Für die Gesundheit. Also so ein Verbandsautomaten bräuchten wir nochmal. Hier bekommen wir Werkzeug. Hier dürfen wir nicht rauchen. Ist aber auch kein Problem. Wollen wir gar nicht. Ich gebe nicht auf. Ne, wir geben auch nicht auf. Hier. Komm. Bäm. Und nochmal. Zack. Oh. Generator. Und leer. Das ist sehr schön. Und was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Na toll. Aber wir kommen weiter nach unten. Das freut mich auf jeden Fall. Oh. Hier haben wir dicke Blubber. Blubber, Blubber. Ich hoffe, er vergiftet uns nicht gleich wieder. Zack. Und. Bäm. Er gibt uns natürlich wieder Gift. Aber wir haben nochmal Antibiotika. Das brauchen wir jetzt auch. Auf jeden Fall. Und zwar machen wir hier. Zack. Und. Machen uns das. Und damit geht es uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Soweit erstmal gut. Aber wir bräuchten jetzt natürlich Heilung. Verbandskasten. Wir haben aber Essen. Also müssten wir eigentlich schlafen gehen. den. Er nützt nix, ne? Geh nach unten noch einen. Und. Ja. Das ist erstmal soweit gut. Na toll, wir müssen aber... Hier funktioniert der jetzt immer noch nicht. Komm, einen noch. Oh, guck mal. Hier. Knick. Wir gehen nach oben und schlafen. So, wir gehen schlafen. Wir essen vorher noch mal. Was gibt uns das? Fisch 22. Essen wir. Essen wir noch mal. Dann natürlich nicht. Das natürlich dann auch nicht mehr. Nee, mehr machen wir dann nicht. Aber dann gehen wir jetzt erstmal pennen. Hier. Können wir eigentlich hier unsere Schlafgelegenheit jetzt auch noch ein bisschen verbessern. Das wäre ja mal toll. Bettstufe. Holzstück. Lumpen. Isolierband. Isolierband fehlt. Wir haben Kleber, haben wir. Wir haben auch Lumpen. Dann machen wir uns eben noch einmal Isolierband. Bauen wir uns und machen noch unser Bettchen erst vorher fit. Hier. Zack. Zack. Dann können wir nämlich besser uns regenerieren. Hier. Zack. Wir schlafen. Zwei Stunden. Können sogar drei Stunden schlafen. Machen wir. Oh, und es ist nichts passiert. Sehr, sehr schön. Das ist natürlich super genial. Uns geht es wieder deutlich besser. Wir haben nichts verloren durch das Schlafen. Wir haben noch genug zu essen. Wir haben noch zwei Kaffee. Mehr können wir gerade mal leider jetzt nicht herstellen. Ich vermute mal, wir werden dann gleich irgendwas finden, um wieder kochen zu können, damit wir hier wieder hocheiern könnten. Ziegelstein haben wir leider noch nicht. Weiter kommen dann ab in den Fahrstuhl. Und wir gucken mal hier. Zack. Dann können wir nämlich hier jetzt weiter erkunden. Gehe da einfach mal rein. Und was haben wir hier? Nix. Und was haben wir da? Auch nix. Na, das hat sich ja mal richtig gelohnt, hier hochzulaufen. Na, das hat sich noch mehr gelohnt. Oh nein. Und das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Jetzt haben wir hier so einen dicken Klops liegen. Ah, komm. Wir hauen ihn auf die Plauze. Oh, und er gibt uns einen auf die Glocke. Nochmal. Nein. Gott sei Dank hat er verfehlt. Oh, oh, oh. Das hat er nicht verfehlt. Wir versuchen es auf die Glocke. Wir versuchen es auf die Glocke. Ja. Der war trotzdem gut. Bäm. Und nochmal. Oh, kritischer Treffer. Guck mal, er kotzt. Gott sei Dank. Sammel ein. Nix da. Das ist doch wohl nicht wahr. Wir haben so ein dickes Vieh erledigt. Und das hat nichts für uns. Und wir könnten fast schon wieder Schlaf gebrauchen. Das ist aber nicht schön. So Leute, aber wir leben noch. Wir sind in der 50. Etage. Wir haben es auf jeden Fall die Hälfte geschafft. Und wir werden die andere Hälfte auch noch schaffen. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir uns wacker den nächsten Monstern gegenüberstellen. Und ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.